Ich habe ja Jura nicht studiert, um eines Tages in den Genuss eines guten Rufes zu gelangen. Das hat mir schon große Selbstbeherrschung gekostet, zwei Jahre lang, all diese Parktickets konsequent nicht zu bezahlen. Abführen! Ach, und machen Sie die Tür bitte leise zu, ich habe Kopfschmerzen. Das macht mich berühmt. Glauben Sie an Gerechtigkeit? Das ist so absurd, es kommt los! Was ist mit der Achsel gefickt? Du gehst hier raus, oder? Das ist so funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020